Ach gut, das Schneefleid. Technologie Dampfzentrum. Und zwar hier hin. Ander mit. Ihr solltet jetzt bauen, sonst wird es vielleicht kalt demnächst. Sehr kalt. Ja, mal sehen wir, jetzt reicht. Okay. Wird gehen, wenn dann... Eine riesige Kiste. Eine riesige Kiste. Mitten im Schnee ist eine riesige Würfelwürgen mit der Silhouette und zu erkennen. Sie ist in einer riesigen Kiste. Interessant, was könnte das sein? So. Brauchen wir zwar gerade nicht, aber es ist schön, dass wir es haben. Nahrungsmittel. Oh, wir haben keinen Stahl. Ganz ehrlich, da habe ich die ganze Zeit nicht drauf geachtet. Rohstoffe. Nee, warte mal, bis noch ein bisschen Stahl dazukommt. Oh, ein Dreadnought. Oh, das ist die Vorräte. Das ist mir, das ist mir tatsächlich wichtiger. Weitere Colors, ja. Aber im Grunde lohnt sich, es sich gar nicht zu holen, oder? Ach, das ist schon fortschrittliches Stahlwerk. Wie kriege ich da raus? Elf die Stunde. War, ist gar nicht schlecht. Interessant. Es wurden alle Technologien erforscht. Riesige Kiste. Diese Art von Kiste wurde zu verwendet, schwer und wertvolle Fracht zu transportieren. Warum wurde sie mitten nirgendwo zurückgelassen? Dampfkerne hat zwar wie viel? Zwei. Diese Kiste ist zu robust, um sie auseinanderzunehmen. Aber wir haben es geschafft, sie zu öffnen. Sie wurde wahrscheinlich aufgrund ihres Gewichts zurückgelassen und jemand hat gehofft, sie zu einem späteren Zeitpunkt abholen zu können. Jetzt ist es meiner. Hinten gibt es auch nichts mehr zu tun. Klacher Hügel. Aber könnte doch hin. Er hat tatsächlich alles erforscht. Naja, egal. Neuer Glaube. Mit der Einführung des neuen Glaubens werden alle, die Zweifel äußern, als Feind des Glaubens gebrannt markt. Alle müssen sich dem Überleben unserer Sache verschreiben. Alle, die uns nicht folgen, werden aus dem Weg geräumt. Haffung wird nie mehr ein Problem sein. Ein öffentlicher Hinrichtungsplatz wird gebaut. Einige Ketzer werden sterben. Einige Einwohner werden sich gezwungen sehen, dieses Gesetz anzufechten. Einige von ihnen werden sterben. Neuhoff. Haffung wird nicht mehr. Haffung wird nicht mehr. Haffung wird nicht mehr. Neuhoff. 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 ach ja hier wird gerade wird gerade gebaut ok in richtung städte öffentlichen richtungsgebäude finden sie bau ein feind das glaubens hat hingerichtet dieses schicksal was alle die unsere stadt gefährt der ein einfacher stirbt die uns sind erheblich das ist so das letzte mittel was du einsetzen kannst wirklich leute opfern so jetzt muss ich mir aber langsamer gedanken machen wie ich an mehr essen komme das ist das pflegeheim das würde ich gern umbauen haus das ging schnell was das hier keine ahnung nahrungsmittel auch unterpasst du sogar wieder hin wie schön kriege ich da noch irgendwas hin hier ein haus oder so da steht es jetzt so nahe generatisch heißt es bestimmt nicht so jetzt produziere 5,9 perfekt aber was als nichts die funktion noch kriegt man nicht kohle rein ich habe nur eine frage der zeit für sich das ändert glaube ich schaffte vorräter vorräter ohne ok solltest du hinkriegen das ist ja auch noch die twitter ist nicht kriege sterbe ich jetzt auch nicht auf jeden fall bin ich jetzt vor dass wir ein bisschen mehr dazukriegen verstreute schlitten da könnten dampfkerne drin sein ich brauche dampfkörner vermerkt mehr kohle brauche ich tatsächlich mehr dampfkörner dinge ein größerer mauerbohrer hat das gleiche problem machen wir noch ein paar prothesen ich brauche es nicht mehr hergestellt fünf stahl bloß noch ja dampfkerne wie viel haben wir danach kann sich nach hause kommen komisch dass sie immer wieder freigelegt werden ich werde wenn wir kein risiko eingehen die leute haben absolut keine unzufriedenheit wo da stürmer auf dem horizont ja was wir noch dabei dampfkörner geht mal schnell zurück ich stehe ich noch eine weitere truppe so sicher konnten geht nicht dann bitte zurück ich habe dampfkörner dabei ich scheiß mal drauf geht ganz zurück dampfkörner ist mir einfach zu wichtig als dass ich die jetzt riskieren möchte es ist schön dass wir tatsächlich essen läuft jetzt gar nicht so schlecht ehrlich gesagt mache ja auch mal mit 8,3 ist zwar gut und 5.9 ist weniger aber dafür habe ich im kontinuierlichen fluss dazu ihr macht fleißig essen kannst du den erkunden nein das ist ihr habt dampfkörner dabei das werdet ihr nicht tun kann das risiko einfach nicht eingehen dass jetzt einer drauf geht einfach nur die kohle mir daneben packen hier kann ich sogar noch eine kohle mir daneben packen gut gemacht dass das hier nicht feuer fängt wundert mich das essen reicht lange jetzt erst mal noch ein tipp an glauben hinter des alten glaubens sind gerüchte über ein prediger zu bekommen der die frecher besitzt ihre vision eine frage zu stellen unsere informanten zur folge hat er bereits mehrere anhänger gefunden und zusammen hat man folgendes wiederholt wiederholt sagen hören wir sind kinder sein mächtigen es ist falsch von unserem captain sich über alle anderen zu stellen solche ernstlichen gefährden unsere einigkeit ich entscheide hier was die eigentlichkeit ist und was nicht noch mal dampfkerne die kommen auch bald die mauerbohr sollen auch machen die überlebenden sind gekommen auf jeden fall hat mir noch sieben tage rohstoffe die verstopften rohre werden sich bald geben wenn man bedenkt wir waren mal echt am ende und wie es uns jetzt geht ich habe alles nicht ne ich glaube ich möchte andere sachen mal bauen vorher hier gibt es ja noch mal sachen kinderheime zum beispiel kinder will haben wir denn 54 da passen glaube ich 25 rein wir stopften rohre werden bald erledigt sein die wenigsten leute müssen aktuell noch arbeiten also heute das meiste machen wirklich die automatorien leute sind frierend so wie wie kann ich anders aber wir sind schon im sturm oder overdrive so 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 der anfang zu einer gruppe von jungen männer hat sich beim haus versammelt sie behaupten dass die familie die dort wohnt symbole der alten religion versteckt sie wollen sie vertreiben und die stadt zu säubern ich habe gesagt dass es sich um wertvolle religiierte der zeit vor der gastruppe handelt ich möchte sie erhalten von mir aus behaltet solange kein ärger macht ist das okay eigentlich ist es falsch weil das ist eine gefahr aber trotzdem die verschöpften rohre bitte aufhören die gehen wir auf den sack und läuft auch wieder sehr schön sie habe ich mir jetzt vorgestellt so Oh, ich hätte gerne mal Häuser in der Nähe. Das ist meine neue Wohnsiedlung hier oben. Hm? Okay, das wird dann Kölz sein anscheinend. Baut! Baut meine Diener! Oh, da passt der bloß 15 rein! Auf Zerfriedenheit? Kaltes Zuhause, kann ich jetzt grad nicht ändern. Äh... Ja, das ist grad ein Problem, tatsächlich. Minus 120 Grad, da kann ich halt nicht viel machen. könnt ihr bei technologie noch mal dampfzentrum bauen vielleicht noch ein paar kinder heime bauen einwohner noch mal dampfiges zentrum brandmarkt sehr man es war mir die auf dem fehl hin ihre relikte behalten durfte möchte sie sprechen er sagt man habe sie zunächst in ruhe gelassen aber später wurde ein rotes exoniert kommen halt jetzt werden sie auf der straße nicht mehr gegrüßt und die leute trägen dass sich in schlangen rücksicht los vor sie und ihre kinder werden von ihren frühen freunden gemieden möchte sie etwas dagegen und nehmen die vor von bios problem ist so kalt muss es mindestens kühl seine mittlere gabel werden kann ja okay es hat minus 120 grad los geht's zerstörte mine die plötzlich da ist eis nadeln lehrer zeltplatz bleibt trotzdem auf der dampfstufe gut gemacht gut gemacht wer hat es weiß gut 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 was ist los orthodoxe der lästige präger der lästige predigen verbreitet seine nachrichten den straßen ein wütender mob ist dabei sich zu versammeln aus einer stellen sich schützend vor ihm er wird immer zu der neue glaube ist nicht als maskierte tyrannei er hat recht aber das mir egal wenn captain verwehrt kehrt im richtigen rücken zu die einwohner werden diese erfahrung nicht auf der schulter nehmen gut entscheidet selber was ihr wollt siegreiche gläubiger die gruppe gläubiger hat sich gegen den priester und seine anhänger in einer rauferei durchgesetzt nachdem er umgegangen war wurde die anführer den glaubens zu geben in seinem besitz befand sich ein brief der in sie gerichtet ist sehr ich bin der überzeugung dass sie nur versuchen das richtige zu tun doch verdammen sie unsere seelen nicht um das leben um uns das leben zu retten seien sie unser anführer nicht unser hörte sehen sie das licht und finden sie zum allmächtigen zurück ja schön und gut bildungserschutz zu zukunft bringen wir unseren kindern die heil kunst bei damit sie den kranken kümmern können oder ingenieure kinder aus kindern im kernwerkstatt und bestellen die forschung das brauchen wir nicht mehr helfen mit sich die einrichtungen steigern die effizienz das brauchen wir jetzt gerade noch nicht aber ich glaube ich möchte kampf arena abzu sie sind warm das war schon weiter fünf tage reicht diese scheiß kohle bloß reste aus der mina stehen in der zukunft ja die schade die zerstört worden hier ist nichts zu finden verlassen das sägewerk kleines luftschiff und trotzdem vielleicht lebte doch noch jemand vielleicht nähern die sich voneinander schiff was in den anderen flugzeug was in den anderen abgestürzt ist die aber auch ewig lang überlegt habe ich meine doku drüber gesehen eine frau wollte keine menschen essen und ist deshalb verhungert muss man sich schon echt überlegen in so einer situation was ein wichtiger ist ich kann mir vorstellen dass es eventuell schwer ist genau über das da eine kombination aus verunreinigte kohle und einer hohen belastung durch eispartikeln luft hat zu einem stau tief im innern des genades gewünscht wie sie verlöst wird doppelt so viel kohle verbrauchen kohle habe ich aktuell das geht ok aufgetürmter schlitten könnte sich doch was finden ich bin echt gerade jetzt bin ich gerade auf der suche nach überlebenden das hat für mich gerade oberste priorität alles antrabe ich soweit wer ist jetzt gestorben und woran der prediger ist tot server vor der prediger widerswurz sein kann hat jemand ein kissen versteckt naja hupsi da ist mir egal kleiner steinhügel rohnach und kohle in einer hütte grab eines forschers es hat sich ausgestellt steinhügel sowohl eine kraftstätte als auch ein vorratslage ist wir sind der festen meinung dass die vorräte zurückgelassen wurden um notleidenden zu helfen und nicht für die reise des forschers des jenstes gedacht sind wir haben die vorräte an uns genommen danach steigen wir wieder seit ursprünglich zu schauen so in einer hütte wo ist die ruhe in einer hütte wie ich sehen ich hatte ja was tolles auch noch ein automaton ich brauche sogar zwei ich weiß schon was sie als nächstes als ach verdammt ich habe den wecker nicht gestellt war wieder weil ich als nächstes gesetzt nehme so und das fahrzeug erst mal frachtanhänger das dampf kerne ok kennen wir ja schon das sägewerk zum glückte dort fels gehen wir erstmal zum sägewerk jetzt mit der kohle läuft aber echt gut finde ich okay so ein weg trug das ist der flache gut okay ich kann noch ein gesetz lassen bevor ich heute aufhöre und zwar das hier also duell gesetz würde ich fast lassen aus wirtshaus finde ich gut es kann hier gleich mal eines kinder heim gebaut werden da wissen nicht gleich was abgeht wenn er die prostituierten dann drin sind gut gemacht so hat es mal wieder arbeitereien es tut uns überhaupt nicht weh ruhe essen ist soweit voll genug 14 tage das ist super ja ich wünsche ich könnte noch bessere nationen machen hier das problem ist eigentlich nicht oder wir lassen es waren kann es eigentlich überall die heizung anwachen ich glaube trotzdem noch viel zu gut rachtanhänger dampfkerne fahrzeug los öl am berg fünf tagen kommt der sturm ich sage uns immer gut vorbereitet los dann sagen wir wollten ihn nur danken in london war es üblich dass wir die reichen ihre kinder nicht zur arbeit schicken ja könnte es schließlich gerade erlauben vor der teich über zum teich die scheiße machte um dreadnought ehrlich gesagt solche sachen wie die dreadnoughts werden für mich auch erst eine würde ich erst angehen wenn ich so in dieser situation die wäre vorher die dinger bringen einem überhaupt nichts kurzer zündel für den riesigen natürlich nur complex erscheint als lager ist gesund sein hier gibt es noch ein favoriter verlorene automaton der bringt uns garantiert was nehme ich hier dampfkerne die guten dampfkerne eine stelle und kohle verschüttelt rednaut komm geh hin ich warte immer noch drauf dass wir ein paar überlebende finden ja 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 das ist für ja 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 da wird das wird so viel mehr kohle verbrauchen läuft es echt gut ok sicher konnten hier gibt es nichts weiter dann haben wir den dreadnought was bei dir automaton kommt echt was raus fels formation zu fels flacher hügel tag 13 stunden tag 7 stunden ja mal zum hügel hat sie richtig viele leute rein zu kriegen wird nicht einfach ich würde aber gerne richtig große stadt aufbauen und zu 500 leuten kann ich noch mal sagen kann ich noch mal ein gesetz erlassen natürlich schnappst du das erst was freund aus ist und schon können mehr leute arbeiten und lassen wir suchen uns wieder heim dafür werden wir grüßen das sage ich euch weiter schritt in richtung der alten gebräuche und gebrochenheiten ja ich glaube langsam sinkt die kohle aber jetzt wird es auch wieder ein bisschen wärmer ich glaube langsam sinkt die kohle aber jetzt wird es auch wieder ein bisschen wärmer was doch richtig übel wird sturm am horizont ja ja weiß schon die regierung faul vorher das im bereich hat weg die dev verhandelt hat sind hüller verschiedene position abmontieren alle textzugreifer diese ausreichend zu ventilieren anschließen müssen wir steheg und blende installieren das wird viel ressourcen erforderungen Ah, okay. schaffst du es ja vielleicht finden wir noch menschen aber es sind wirklich sehr sehr langsam okay ich würde auch mal sagen das reicht für heute das war let's play frostbank heute ich sage jetzt schauen wie klein tv und beim nächsten mal ich würde gerne hier eine größere siedlung reinkriegen noch dazu brauche ich vor allem leute also bis zum nächsten mal bei leute